Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Kira Negan. Vorab, falls ihr meinen Kanal nicht abonniert habt und mich schauen wollt, dann abonniert ihn, weil wir müssen irgendwann mal die 170 Abonnenten erreichen. Das ist... Ja, ich bitte euch einfach darum, macht das, ja? Ähm, auch wenn ihr vielleicht... Oh, ich kann mehr... Doch, eigentlich schon. Ich mache super tollen Konten. Ja, ähm, ja, auf jeden Fall, Among Us, ähm... Ja, ich suche uns direkt eine Runde, gar nicht mehr so viel reden. Alter, ich habe jetzt zwei Minuten gebraucht, um eine Runde zu finden. Es ist so schlimm, oh ein Riesenkrumel. Ich war ja mal wieder klar, ähm... Ich weiß jetzt gerade nicht, wie lange wir schon kein Postmail sind. Und ich glaube, seit... Ähm... Dann mal lasst ihr mir... Ach, ich weiß gar nicht. Ich glaube, seit zwölf Runden sind wir... Mit der da schon 13 Runden sind wir kein Imposter mehr geworden. Seit zwölf Runden. Und wir werden getötet gleich. Doch nicht. Äh... Äh... Vier Leute sind tot. Äh... Ich glaube, wir sollten zwei einen Imposter zu finden, jetzt schon hier am Anfang. Camry... Soll das Kamera bedeuten? Camry? Ist das eine andere Sprache oder hat er einfach schlechte Englischkenntnisse? Äh... Oder was soll Camry bedeuten? Oder Camry? Oder Cammeroo? Keine Ahnung. Ich schließe braun aus. Ich kann rot ausschließen. Glaube ich. Warte mal. Black and dark green. So. Was? Die voten... Warum voten die braun? Der ist es safe nicht. Alter, jetzt haben wir verloren. Was ist verschwar... Äh... Rot? Ja, okay. Aber mit grün hatte ich auch recht. Und ich habe es verschwarz gewollt. Aber trotzdem. Warum voten die braun? Warum? Heutzutage macht keiner mehr Self-Reports. So, die nächste Runde startet. Wenn wir das... Wenn wir jetzt kein Imposter werden, dann sind wir da 14. Mal hintereinander kein Imposter. Oh, und ich muss euch was sagen. Denn ich habe schon mal eine ganze Folge aufgenommen. Aber die wurde aus irgendeinem Grund nicht gespeichert. Und deswegen hier ein Lifehack. Ganz schnell in die Mitte. Und dann... Oh, das habe ich falsch gemacht. So in die Mitte. Und dann... Hä? Ja, ach, Entschuldigung. Scheiße. Ich will euch ein Lifehack zeigen. Verkackt selbst. So in die Mitte. Und dann schnell so durchziehen. Also bis zum Ende. Versteht ihr? Und ähm... Also, was ich euch sagen wollte. Ich habe mal drei Runden schon gespielt. Aber diese Runden... Ähm... Da hat man... Da haben manche Leute sofort auf den Emergency-Button gedrückt. Auch gerade vor dieser Runde gerade noch. Und die schneide ich natürlich raus. Dann kommen noch, sagen wir... Vier... Und normale Runden dazu. Das sind sieben Runden. Sieben. Sieben plus vierzehn. Einundzwanzig Mal. Hintereinander. Kein Imposter. Wie traurig ist das bitte? Aber ich zähle jetzt mal nur. Ähm... Ähm... Das normal... Also... Das, was ich aufnehme. Also dreizehn Mal kein Imposter. Es ist so traurig. Was willst du machen? Hä? Was soll man da machen? Bye bye Orange. Was? Is he... M... 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 Was? Was? Okay. Okay. als ob als ob der einen zweiten account hat und orange den getötet was was als ob das muss ich auch mal versuchen und nein heute mal zu wie ich nie sehr wert mehr mich gewartet welcher hat mich gebaut ist warum wird werde immer ich geworden nur weil ich viel schreibe klar dass man viel schreibt aber ich bin ich spiele das spiel interaktiv ich gucke nicht einfach nur zu was eigentlich die bessere strategie ist oh ich habe ja sogar als zu ruinen oh es ist nicht great but for the first time we do this weapon task and now i will see i going to fixing und ein okay weiß und gelb haben gefixt ich gucke noch mal rein und gelb tötet oder umgekehrt die dunkelgrün ist er sogar noch und es sind glaube ich erinnung noch ein es gibt nur noch einen poster stand da glaube ich zumindest vorhin da ja mal gucken bei dem hier ob da jemand stirbt vielleicht dann security da wo zwei leute gucken vielleicht stirbt da eine wer weiß aber viele wissen nicht wenn ein fisch wenn also wenn zwei leute in einem raum sind und die ganz schnell wenn ein ein von diesen fischern ganz schnell so blinkt wie glaube ich dann lower engine dann ist es ein weiß kommt von da okay das war glaube ich sogar zu schnell ja doch das war zu schnell nein ich hab verkackt wo geht grün hin oh ich bin direkt da okay ich bin 5 9 5 7 6 oh okay gefixt ganz gut jetzt mal gucken man sieht auch immer gut ich hab's nicht im video gesagt ne aber ich wusste das ist dunkelgrün ist der war so sass für mich der war so sass für mich das ist der zweite account oder scheiße das ist der zweite account ne oh mein gott oh mein gott als ob der nimmt ihn oh mein gott richtig krass richtig krass okay okay oh er schreibt dark green also sag doch einfach dass du zwei accounts hast hast du doch vorhin auch äh äh warte ähm okay und voten die ich bleib extra drin weil das ist so ein bra moment ey kein green yellow set ja okay komm let's gooo ist ähm bam 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 mua dankeschön so ich weiß nicht ob das jetzt schon die vierte runde ist aber ich hab vor aufgrund dessen weil die letzte runde so lang war ähm nur noch zwei folgen nur zu machen falls das nach zwei folgen dann fünf sind dann cool aber trotzdem ich bin mal wieder crewmate zum 15 mal das kann dich sehen lassen richtig geil aber ich sag's euch irgendwann wird die zeit kommen an dem ich im posten irgendwann kommt der tag an dem ich das erste mal seit langem wieder imposter werd ich spiele das privat auch gar nicht mehr ich will mein glück für youtube auch obwohl warum sollte ich es privat spielen wenn ich so viele im angers folgen mache er trotzdem ne also und ich sage rot ist es liest den namen nicht vor jetzt muss nur noch gelb voten ach was gelb schreibt sogar red oh ok aber warum votet der denn nicht mhm 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 ich kann da einfach schreiben black äh white and i am safe äh obwohl ne das wäre kein englisch ne mhm so jetzt die wires oder wie die heißen licht ist aus ich mache ein upload aha jemand hat das licht angemacht juhu wir müssen gleich da unten die den card swipe machen mit meinem first try trick alter hä haben die das spiel geupdate dass das nicht mehr funktioniert früher funktionierte das noch immer jetzt geht das nicht mehr oder mache ich irgendwas falsch ne ne letzte mongas folge vielleicht habt ihr das sogar schon mal gesehen da geht man weiß gelb und orange waren es nicht red ne es ist es ist rot es ist rot es ist rot es ist rot es ist off äh es ist red es ist richtig red äh richtig krass red red richtig sus weil orange also eine von denen hier muss ja der imposter sein ich denke pink verrät seinen eigenen imposter mit nicht da bleiben nur noch orange gelb und weiß übrig gelb ist gelieft und wir haben gewonnen achso es gab ja auch nur noch einen imposter ne ok dann bis zur letzten runde und vielleicht werden wir beim sechzehnten mal vielleicht ähm ja ne kein sechzehntes mal crewmate was ist halt ich mal ich hab die lobe ich ne es ist so krank was für ne scheiße hier abgeht seht ihr das seht ihr das seht ihr das jetzt muss ich uns wieder ne neue Gruppe raussuchen schon wieder zum hundertsten mal weil diese Drecks weil diese Drecksspieler die dieses Drecksspiel spielen keine dreckige runde starten können weil sie selbst dreckig sind schon wieder und jetzt kommt keiner ich kann äh oh guck mal guck mal jetzt jetzt bannt er einfach ey ja komm jetzt startet er mit neun komm geh weg einfach geh einfach weg und komm nie wieder zum sechzehnten mal kein imposter Junge was macht man nicht alle für die Klicks mhm 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 ja komm jetzt haben wir jede Task mhm 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 hört aber wenn ich mal denke dass ein rektor ich kann dass ich im rektor kann taft da habe ich doch eine aber wenn ich dann da reingehe mir die mühe machen da rein zu gehen obwohl es jetzt nicht größte arbeit ist dann habe ich keine das war doch mal ein nicht würdiger abschluss für diese folge ich hoffe ich habe ich ich brauche mich auch gar nicht mehr zu verabschieden ich glaube das sage ich ja eh jedes video war für die leute die meinen kanal abonniert haben bye bye und ciao abo leute